Und es geht wieder los, mal wieder. Und ob jetzt ist eine Dacke? Gut. Kann losgehen. Aber warte, die GoPro? Ja, die GoPro macht nur so ein paar kleine Filme mit. Sollten ein paar blöde Aussagen fallen dann. Also viel Schneid... Diese ganze eingeschalten? Die ist gerade aktiv, ja. Wer schneid das dann? Toi, toi, toi. Also für blöde Aussagen... Die hört mit. Yo, YouTube! Jaaa! 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 Eigentlich habe ich noch nicht. Jetzt haben wir die Flasche noch immer nicht getroffen. Ich kenne sie auch, oder was? Nein, das ist... Ok, gut. Machen wir es auch noch. Da fahr einfach durch. Ja. Ja. Jetzt geht es aber auch los. Ohhhh! Willst du jetzt ein Blümchen mitnehmen, oder was? Es ist eine richtige Schlange, eine große Schöne Schöne Schöne. War es dir der Angst vertierter? Ja. 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 Das kenne ich. Ach so, das war die Türprobe? Ja, glaubst du, ich mache es mit den Mineralwasserflaschen? Ja, dann kannst du nicht vorstellen. Ja, da ist der eine von mir aus ungefähr da. Der zweite da. Und der dritte ist der Kuschelportier. Ich glaube, du bist eher die Kuschelportier, weil du bist der Einzige, der wo 21 war und landet. Der, der sich nicht anscheißt. Und du, hör auf, dass du dich heute direkt da oben reimst. Schnell, schnell, schnell! Ich war näher am Steinzube. Du musst fast am Stein drüber fahren. Und nicht den Georg überholen. Ja, das schaut wohl gut aus. Meine Herren. Es sieht geil aus. Ich glaube, ich habe es uns überstanden. Die Scheiben, das ist die kleine Scheibe. Und keine Motivation. Ja, da, 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 da. Hinter dem Buschen warten siebte nackte Volleyballerinnen auf dich. Ach so, was soll ich jetzt ganz schnell rauf fahren? Ja, ja, bitte darum. Ja, okay, na dann. Wir machen das jetzt anders. Da unten ist unser Freiwilliger. Ich glaube, der fährt noch mal in Stojobe, dass er Schwung nimmt. Ja. Bin mir nicht sicher, aber weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schüchtern ist auch. Die nackten warten auf dich. Mit Esterhase-Schnitten. Ja, Esterhase-Schnitten ist es richtig schön. Warte, Achtung, er kommt. Ja, ist okay. Jetzt tritt einmal! Der erste Mal, du! Nicht da außen! Außerdem waren das die kleinen Scheiben, nur so kleiner Tipp. Warum fährt der mit den kleinen Scheiben da immer? Ich glaube, sein Radl hat nicht mehr. Es ist wie der 6-Gang-Radl von meiner Kleinen. Ja, oder die Kraft fehlt. Oder was weiß man nicht. Angst, Angst. Große Scheibe. Große Scheibe. Große Scheibe. Ich weiß, ich muss umdrehen. Wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Glaubst du, nimmst du uns Pizza mit? Oder durch ein Mesou? Esterhase-Schnitten? Esterhase-Schnitten sag ich nie nein. Ich glaube, er wird uns draußen. Vor allem bei der Aussicht. Aber wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, weil irgendwann kommt er wieder vorbei. 5 Euro, dass er jetzt wieder nicht die große Scheibe hat. Juhu, Juhu. Er passt. Wo sind die Schweden? Schau, jetzt nimm mal die kleine Scheibe. Die kleine Scheibe. Die kleine Scheibe. Das wird nichts. Was ist das los? 5 Euro leicht verdient. Das sind schon die zwei Esterhase-Schnitten. Schauen wir mal in den Kuhn. Das gibt es nicht. Wenn wir runterfahren auf die große Scheibe schalten da rauf, wie soll das funktionieren? Ja, aber dann kann ich... Ja, das hat technisch... Ein Fahrrad kann ich bei 14% und dann hat 10% auf die Scheibe rauf geschalten. Muss da runterfahren mit großer Scheibe. Ich werde ganz runterfahren und dann schnell rauf fahren. Nein, du brauchst nicht ganz runterfahren. Weil unten kannst du ein Esterhase-Schnitten mitnehmen. Oder eine Schaumrolle oder irgendwas. Ein Schaum-Schnitten wäre natürlich auch geil. Aber meine bitte mit Schock-Überguss. Ja, Schock-Überguss. Wo fährt der hin? Boah, das nächste Mal sage ich einmal so eine Kiste Birna mitbekommen. Oder einen Griller. Zwecks Lagerfeier. Aber schau, das dreht er um. Nicht in die Pedale drin. Jetzt wird er es wieder nicht schaffen. Ich erhöhe meinen Einsatz. 10 Euro. Alles oder nichts? Alles oder nichts. Dalle Glick. Er hat es auf die Scheiben geschafft. Das Scheiße kommt bis ins Kreuzhof. Aber ich glaube, er schafft es nicht bisher. Ja. Ja. Haben wir immer gesagt, dass wir nicht so weit oben fahren. Aber mit Schwung ums Eck. Nicht so langsam. Okay. Wir gehen von Schweden in eine Sauerstoffzelt rüber. Da mit Schwung. Nicht so weit außen. Du warst zu weit außen. Ja, da war ich auch noch zu weit außen. Super. Ja, da innen rein. Da innen Kurve. Na, hier fahren wir doch weg. Soll ich mal ein Profi da her zeigen, wie es geht. Ja, Profi. Ich war mit Scheibe unterwegs. Ich nicht. Ja. Ja. Wie können. Ja, stimmt. Ja. 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 Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir langsam richtig ein Level. Der Versuch ist jetzt… Der muss jetzt sitzen. Ja, der muss sitzen. Der muss sitzen. Ein Königreich für eine Gropro. Wir haben sie. Unglaublich. Früher machten wir nur Fotoshootings. Jetzt haben wir Gauder dabei. Jetzt fährt er schon wieder ganz runter. Wo fahrt er hin? Er braucht ja nur von hier wegfahren. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Warte, musst du dann dort unten jetzt. Du kannst schon kommen! Die Strecke ist frei! Aber schau, er kann nicht einmal in den Gang, da dreht er nicht einmal auf. Da hat es gefühlt 10% bergauf. Okay, währenddessen, dass er kommt, erkläre ich, was du willst. Du kommst dann da beim Stamm her, schneidest da viel rein und dann da an mir vorbei. Ja, und dann haben wir den scheiß Baum da hinten im Hintergrund, oder? Nein, 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 die Kamera bleibt dort stehen. Ich brauche den Baum. Ja, den Baum aber. Ich brauche den Baum. Nein, du, ich brauche... Ich kann noch lange stehen vor der Kamera, weil der kommt dann noch immer nicht. Innen eine! Innen! Wo? Sag bloß das Fassen! Wirst du ehrlich antworten? Ja, nein. Nein! Das war zwar gut, oder? Da gehörst her! Da! 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 Nicht dort! Ich will so gehen, ich will so hin und so ein, ich gehe zu weit weg. Zu weit weg? Da gehörst her! Da! Da! Na gut, na gut! Dann! Wie mache ich dann die Kurve da? Ja, brauchst du ja gar nicht. Du kannst von mir oder so eine Waffe fahren. Da! Du kannst auch gerade eine fahren, mir ist scheißegal, was. Ob du das Schuhfahrst oder Schuhfahrst, das ist komplett blutzen. Oder tuttl. Es gibt dir schon die Flaschen ab. Er wird verlassen ab. Er wird verlassen ab. Er ist nicht so weit da weg fahren! Und dran! Ja, das ist auch richtig. Du kommst aber mit keinem Haar mehr da her, wenn du unten von Fuhrt an der Triesting wieder raufkommst. Schau, das Rad querstellen zum Berg, das ist wie beim Skifahren. Hände auf die Knie! Pizzaschnitte! Und Essen! Und nicht vergessen! Alter, was soll der rauszuschneiden aus dem Thema? Ich kann da nichts wegschneiden. Ja, vielleicht Scheibe 19, da war auch ein Hit. Da! Innen eine! Da! Da! Innen rein! Ja, da sind wir sie rein! Ja, da sind wir sie rein! Aber er kann keinen Meter mehr fahren. So deppert wie es klingt, wir haben noch jeden das Radl fahren beigebracht am Berg. Der fährt noch heim in Radl heute. Das soll ich auch herrlichen Dank! Wer fährt da mit der großen Scheibe raus? Danke! Ich weiß nicht! Wenn der dich rein fährt! Auf mich sind schon die Leute mit 60 kmh oder 70 kmh zugeknallt. Ich rede mich nicht! Ah! Psst! Gut! War jetzt die Angst dabei? Nächstes Mal raus sie einen halben Meter weiter um mich! Mhm! Jetzt ein bisschen wein rein! Ich geh auch weg! Genau! Passt! Der Nächster bitte! So? Ja! 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 Geht doch! Geht doch! Was hab ich gefahren? Dort wo der Gera gesteht, dort ist scharf. Und wenn es dann irgendwie auf geht, dass ihr zu dritt, zu zweit irgendwie nebenan und parallel auf geht? Oder wir tun so, als ob ich ganz oben bin und der Schnellste bin und alle tun so, dass ich hinter mir hinfahle. Und wo ich auch immer Fahrermütze, aber das muss man mit den Kollegen ausreden. Genau! Ich hätte so einen Pferd, also so, drei Pferd, so, so, so. Aufgefahren! Geh! Äh! Richard! Komm! Hopp hopp hopp! Zieh dich an! In's der Dusse! Das können wir noch ein paar Mal aufhauen machen! Jungs zu einem Zahn! Scheiße Scheu! Ja! Und da ist mal drei! Bitte! Kann ich mich nicht nehmen? Ja! Attacke! Ja! Ganz links! Ja! 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 Komm her! Zu mir! Herkommen! Attacke! So! Und zwar, etwas, was du gemacht hast. Klack, zu dritten Eimer, und wie es euch reinigt, der eine tut, dass die anderen zwei an mir vorbei. Also der eine links und der andere rechts an mir vorbei. Muss aber nicht mit der Dacke sein, sondern reicht 5 kmh auch. Fritschi weiß wie es ist. Fritschi schult sich. Nicht schneller, schön auf der Gerke höher bleiben. 1, 2, 1, brenn sie weg. Bahn! 1, 2, 3. Perfekt, danke meine Herren. 3... 1, 1, 2, 3, trinken los. Weise drauf. Jetzt ist weg, komm ich noch einmal. Ja, danke. Hat jetzt nichts gebraucht, die Kamera ist ein bisschen. Nochmal, ist ja cool. Was hast du deine da? Die Schaulen habe ich extra angespannt. Ja, das kannst du nachher da. Das ist einfach cool. Nein, jetzt nicht. Sonst kriegt ihr die Krise. Ich meine, das ist jetzt nur für Kack. Ja, wirklich. Ach, in die Schaulen. So, ja, 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 das mache ich ernst. Ich kann nicht, wenn ich den Bus auch brauchen. Eigentlich gesagt, da haben wir eine Aktion. Kein CO2 da, also ein bisschen nur. Es ist ja cool. Die Sonne von Flacke. Wie schon gesagt, das ist kein Kalenderfutter. Das ist einfach so. Das ist Discofieber. Hey, Discofieber, ich bin dabei. Da einfach drauf drücken. Lass mich da. Da da da. Ja, einfach drauf. Discofieber. Hand auf. Da. Hand auf. Da. Hand auf. Hand auf. Da. 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 Das ist ja auch schon. Da. 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 Jetzt ist das Wetter perfekt. Na, wo ist Glück? Die Frisur hält. 19 Uhr Hochegg. Frisur hält. Ja. London, 16 Uhr, wo hast du ein Held. So meine Herren, mach wieder so einen Vlog. 16.29 Uhr, die Dates vom Abend werden schon vorbereitet. Ich bin so geil. Ja Stefan. Ja, zieh mich von oben schon. Ja, das kann ich jetzt nicht schlafen oder schlafen. Mach ein Foto, Michael, mach ein Foto. Auf ganz ernst bitte. Ruf meine Frau an. Mach ein Foto. Sag so, stoßen wir weiter rechts, aber richtig ernst, ok? Ey, das ist geil. Mach ein Foto oder mach ein Foto? Welcher du jetzt? Ja, ich mach ein Foto, mach ein Foto. Was soll das, wo bin ich das? Ernst, jetzt die Sache ernst. Warte, ich mach das ernst. Schau, ich mach das mal ernst. Schau, ich mach das. Ohhhh. Ja. 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 Da ist er! Kommt auf die Größe an. Doch noch. Aber er schafft es ganz ernst bleibt. Das ist nicht schlecht. Warte mal, das haben wir gleich. Ein kleines kleines Bundesherr. Musst du die Frau nackt machen oder was? Ja, du musst die Frau nackt machen. Mir ist auch nicht schlecht. So, passt weiter zu.